Ruhe jetzt, verdammt normal. Warum hört mir auch keiner zu? What the f... Die Schnauze da oben. So, nehmen wir den. Denk uns wieder mit. Bin ich ins Gesicht. Oh, fuck. Wo ist der Sniper? Naja, hab ich. Er ist tot. Okay, den hab ich auch. Kein Problem. So. Oh, guck mal was wir hier haben. Den Sniper. Klappt dann eben auch vorbei. Zeit für Wache. Putschkepau. Putschkepau. Ich sagte Putschkepau. 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 Geht doch. Ich nimm einfach mal die Sniper jetzt mit. Glückstreffer. Meine Mutter ist ein Glückstreffer. Der hat einen verdammten Glückstreffer gelandet. Boom, Alter. Den hab ich gegeben. Was ist das denn hier? Es ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Sag mal. Aua. Das ist schön. Brauch ich ne andere Waffe vielleicht. Sniper ist schon wieder fast leer. Okay, gehen wir zurück. Wir holen uns in eine Ganzkarabine. Hui. Hä? Ich hab hier nen roten Punkt. What the fuck? Achso, hier sind... Achso, da muss ich jetzt hoch. Kein Wunder. Aha. I like it. Aha. Aha. That's right. Aha. Aha. I like it. Aha. That's right. Aha. Aha. I like it. Osiris, aufteilen. Ist er tot? Nein, du musst doch nicht hinterher springen. Okay, springen wir jetzt hinterher. Ich hab mir sonst nix zu tun. Wir gehen mal hoch. Morgen! Der Axios ist jetzt endlich wach. Yay, Axios! Schreibt alle in die Kommentare, guten Morgen, Axios. Das ist mein Geschmeißen-Scheiße. Das ist mein Geschmeißen-Scheiße. Oh, ich bin fast down. Du bist voll getroffen. Tanaka, unmöglich. Kann ich nicht allein lassen. Oh, soll. Tanaka. 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 Ernsthaft? Viva Pinata! Weit fliegt mir der, Alter. So, Leute, wir müssen uns immer ein bisschen hier beeilen, sonst kommen wir auch nicht vorwärts. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Direkt in meine Rangnade rein, weil ich würde sagen. Bam. Weg ist er. In meinen. Einfach straight drauf. Es wird schon irgendwas sterben. Erledigt sie alle. Oh, was ist denn hier los, Digga? Was? Seit wann haben denn solche Waffen dabei am Start? Fick you! Boom! Ha, 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 ha. Das ist ein Schwert. Das ist nun mal. Hm. Jetzt werden wir euch nudeln, ihr Schweine, ihr dummen Drecksfücher, bam, Putschgetau. Oh. Okay, ich muss in Deckung gehen. Ah, fuck. Nein. Scheiße. Oh cool, ich lebe ja noch. Brauche Hilfe. Brauche Hilfe. Der hat das Schwert aufgenommen. Oh, ich werde echt wieder belebt. Ich hätte mir das Schwert aufgenommen. Weg mit dir. Ich frage mich, ob die weiblichen Eliten jetzt auch so aussehen endgültig wie die männlichen oder ob sie sich an die Halo Legend DVD Reihe gehalten haben. Feinde ausgeschaltet. Die Allianzler tun, als hätten sie den Gebieter bereits besiegt. Wenn wir den Gebieter verlieren, wird es schwierig den Wächter in Zunayen zu erreichen. Die Sengheli-Ruinen sind älter als die Allianz. Sie waren schon antik, als die Menschheit die Pyramiden baute. Adis, Kommand, geflogen. Sweet, Alter. Wenn ihr euch nicht überall vielleicht bemerken sie uns nicht. Die Allis glauben wirklich, dass sie gewinnen können. Wenn sie den Gebieter töten, stimmt das vielleicht sogar. Alles Sengheli-Bros hier. Das ist unser Bros. Das Gebäude kriegt schwer was ab. Die Räume des Konzils, der ältesten, laut Marquis ist der Gebieter dort. Okay, jetzt ist Zeit, dass wir der Party joinen. Wo muss ich hin? Da lang! Bder 서로. Du bist dabei gegnernt. Du bist dabei, ja! Verstanden man, warten sich an deiner Landezone wie den Schiffsmeister. Sir, dem Anflug. Elzett gesichert. What the fuck? Sicher das Gebiet, Osiris. Aua, was ballert mich ab? Aua, was ballert mich ab? Aua, was ballert mich ab? Kann ich auch. Ich glaube, ich sollte lieber... Tanaka ist tot. Tanaka ist tot. Wir müssen vielleicht versuchen, dass sie sich gegenseitig abballern. Booyah. Booyah. Spartan Lock. Lacht der Glicogogo gerade? Guck mal hier, hab was für dich. Oh, hat noch was für dich? Das war fast gut. Verdammt. Verdammt. Das war knapp. Hilfe. Tanaka, da bist du ja wieder. Hilfe, 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 den Preis, Hilfe. Leute, ihr solltet vielleicht nicht in einem engem Raum mit einem Jäger kämpfen. Das kommt vielleicht der Gesundheit nicht ganz so gut. Ey, wir haben auch nur scheiß Waffen dabei, Alter. Okay, ich hab'ne Idee. Jäger. Sicher das Gewicht, Osiris. Okay, jetzt ausreichend. Atmen. Und weiter ballern. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, das sind ja alle down. Äh, hier, ähm, alles cool, Lein, ne? Alles cool. Ihr braucht uns ballern. Fuck you. Fuck, fuck, fuck you. Buck ist auch down. Tanaka ist down. Alle down. Alle tot. Wow. Ich auch. Aber ich war der erste, der down war. Äh. Vorstoß. Roger. Jäger. Sicher das Gebiet, Osiris. Schauen wir sich beide um mich kümmern Ja ich warte auch auf mein Signal Scheiße Ey das soll ich nicht jetzt machen Ich muss hinter ihn gelangen Oh den hab ich schön erwischt jetzt Den Jäger Oh oh der ist sauer Ist ein Jäger down Ja Jäger down Das ist schön Idiot Schweine Kein Teufel Schweine Sind das Mantis? Oh yeah Hallo Wir sind Bros Hi Bro Aufsetzen Osiris Okay Was macht wer jetzt da hinten? Macht Platz Macht Platz Super Ja Schon ausreichend ein Kein Bock um sowas in Schaden zu kriegen Oh das war Oh das war Lass mein Badass motherfuckern in Ruhe Er ist mein Bro alter Oh das war Hins Gesicht Jetzt du Easy auf zum nächsten bereich wir könnten hier so weit vorstoßen gebieter was machst du denn hier wir haben den kontakt zu den trüten das gebiet hat den inneren verloren wollen wir den gebieter daraus die unternehmen ist alle also wer schweig mit papier nach mir welten brave einfach mal mitgenommen ihr habt ihr habt ein pro von mir geplant was hast du meinen jüngern angetan fast auf dem kopf drauf geplant aber